Ich bin leise, weil nichts kommt. Äh, hallo? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Ah, Kiddoch! Nintendo Presents! Noteblock! Ja, Stormbreaker hat mich gefragt, ob ich den Egg ausspielen soll, da ich ihn aber schon kennen und gesagt habe, dass das dann nicht blind wäre, weil ich das von Hayracer gesehen habe. Hatte mal was ein bisschen verändert. Und mit bisschen meinte er, glaube ich, wirklich bisschen. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Hallo, ich habe mir sehr viel Muelle bei den Paletten gegeben. Hoffentlich erfreut sie, die SMK-Hacker. NEIN! Zwei, vier, sieben. Oder auch Stormbreaker. Muhahaha. Ähm. Fuck? What the? Hä? Das ist... Achso, ich habe... Genau, ich bin noch die alte Umstellung mit Rewinds und Fast Forward gewohnt. Also, gehst du mal weiter? Nein, Musik muss natürlich erstmal weggehen. So, das hier ist Fast Forward. Und hier geht's. Ah! Sag bloß! Nein! Nein! Sag... Oh Gott! Sag bloß, ich konnte dann nicht mehr runter. Das ist Fail. Oh, als es von mir ist. Aber egal. Yoshi's Island 1. Und ich habe die Steuerung total vergessen. Ich habe mehr als im Monat nicht gespielt. Alles, was... Oh! An Mario jetzt noch kommt. Bedeutet. Äh. Was? So. Alles, was jetzt von Mario noch kommt, bedeutet. Äh. Hat dich irgendwann schon mal aufgenommen noch. Und... Gehst du da jetzt mal hoch? Und ägst du dich nicht immer von Sam Cooper mal? Und dem Kugel-Villet! Und den Abgrund! Und der Kugel-Villet! Ich... Ah! Das nervt. Ach ja. Da fällt mir gerade ein, dass ich doch total immer Safe-States benutzen wollte. Da... Kaiser Mario und so, ne? Da war noch was. Äh. 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 Wo erkenne ich, wo ich jetzt drauf springen kann und wo nicht drauf? Und... Das ist... Äh. Krank! Aber ich hab genug Leben. Und mein Mario will nicht springen. Und jetzt springt er und ich bin zufällig immer noch am Leben. Und nicht mehr. Weil er nicht springen will! Schon wieder nicht, Mario, du springst jetzt! Und nicht in den Kugel-Villet, bitte. Und du springst jetzt nochmal! Geht doch! Oh, beinahe wäre er ja schon wieder nicht gesprungen. Oh, cool. Ich kann ja wieder nach oben und er springt schon wieder nicht. Und... Ah! Wehe, hier ist gleich irgendwo in Abgrund. Dann... Dann, ehrlich, ne. Nein! Nein! Aus! Ahaha! Das... Das ist doch krank! Das ist nicht mehr normal! Besonders... Nein, das ist wirklich nicht mehr normal. Das... Man bekommt hunderte von Leben. Das ist doch wirklich nicht normal. Ich meine... So könnte man das alles ohne Sarve-Star des Safe State versuchen, aber... Er hat denn Bock so oft zu sterben und so und... Es geht endlich mal weiter! Und er lasst mich schon wieder von so einem Scheiß... Ding... ...treffen. Und diese... Tönering auf. Und er hat ein bisschen was verändert. Hier ist gar nichts mehr! Das... Und wir jetzt kommen nur noch Kugel-Villis. Ey, was kommt denn jetzt noch? Willst du mich verarschen? Das hast du geändert? Äh... Äh... What the hell? WTF? Äh... Genau! Was hast du hier bitte geändert, hä? Ähm... Ach nee, ich musste doch, glaub ich, durch die Röhre. War da eine Röhre? Wenn ja, bin ich doof. Äh... Ja, da war eine Röhre. Ahaha! Komm! Kannst du mich noch killen? Nein, schade. Das... Das wär... Geil. Und jetzt... Per... Fängt die perfekte Phase an. Die perfekte Phase... Und ich sollte Safe State Lowdown und so. Ich wollte grad schon wieder saven. Wollte grad wirklich wieder saven. Ja, komm. Ich glaub, ich hänge hier jetzt... den Rest des Parts bis Unendlich an. Weil... Weil Brot. Komm. Komm. Das... Pack ich doch noch. Wenn ich das nicht packe, ist... Und ich hab vergessen zu Sarvestan. Wenn ich das nicht packe, kann Kaiser Marion Unendlich Projekt werden. Ich hab vergessen zu saven und bin hier. Wie def. Wie def. Okay. Nein, du sollst hier und darauf an den nicht berühren. Vielen Dank. Juhu! Geschafft! Und dann direkt da durch. Das ist doch mal... Super. Sind hier überall Blöcke? Oder... Ähm... 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 Drauf! Nö! Nix! What the... Du... Du willst mir doch nicht jetzt im Ernst sagen, dass... 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 Das und... So und... Dass ich jetzt irgendwie ein Schalter mitbekommen... Das willst du mir doch nicht jetzt ehrlich sagen, du! Du, du... Äh! Komm, das... Das kriegen wir doch, glaube ich. Nein, das wollte ich... Das wollte ich nicht! Das auch nicht! So, dann saven wir mal hier und nicht da unten und... So! Nein! Und nochmal. Das muss doch... Genau das nicht... Komm, das... Das muss doch irgendwie gehen! Und was soll ich dann machen, bitte? Äh, äh... Äh, äh, äh... Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ähm... Schön zu wissen, wie er auch mal einen invisible Coin-Blox erscheinen lassen kann, wenn man da irgendwie mit der Shell drankommt, aber... Ähm... 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 Ich... Ich... Check's nicht. Ähm... 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 Ja, komm, ist hier noch... Irgendwo... Nein... Nein... Ich hasse dich! Was hast du hier gemacht? Wie kann ich das hier bitte schön schaffen? Ich... 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 Ich hasse... Aha... Nö, das ist zeitlich leider nicht machbar. Das... Das wäre aber eine tolle Idee, aber... Nö... Das... Äh... Du... Wenn das so alles ist, ne? Ich komm hier nicht weiter. Und... Ich hab dich vorher gemahnt, dass du... Oh... Pfff... Das ist nicht so schwer... Also, ey... Was? Ha! Spiel... Aus! Und jetzt kommt ein Shell-Nam, ne? Ähm... Shell-Jam... Hey! Also, bei mir bin ich durch die Shell gegangen eben. Und schon wieder. Eigentlich müsste ich doch tot sein. Eigentlich müsste ich doch wirklich tot sein! Wollt ihr mich verarschen? Hey! Komm! Save mir nochmal hier... Und dann... Nein! Das sollst du... W... Ja... Okay... Nein! Da hab ich's beinah geschafft und... Dann hab ich den Mancha übersehen. Sowas... Kann doch jedem mal passieren. Ich meine, ich... Das ist mein siebter Heck oder der sechster, den ich grad mal spiele und dann... So schöne Kaizo-Stellen. Ich... Ich mag es. Äh... Ich hasse es. Nein, ich liebe... Nicht da oben! Okay, besser als wenn du dich so die ganze Zeit ducken würdest, aber... Komm. Komm, das schaffen wir doch. Das... Das schaffen wir. Da... Ich... Sag nichts mehr. Ich bin doof. Ich krieg's nicht hin! Du, Mario... Ma... Also... Mario... Komm. Komm. Komm doch! So schwer kann das doch nicht sein, du! So... Und... Ja... Ich hab grad keinen Timer... Was? So! Moment mal! Wollt ihr mir sagen... Hä? Hä? Okay. Wollt ihr mir sagen, ich könnte... Warum? Hä? Wie ging das denn eben? Wollt... Wollt ihr mich verarschen? Genau! Wollt ihr mich verarschen? Ja... Genau! 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 Ich muss irgendwann... früher loslassen... Aber... Ich hab grad keine Ahnung wie... Und das wär's doch fast gewesen! Und... Hätte ich eben nicht nach rechts gedrückt... Beziehungsweise den Mancha gesehen... Dann... Ja, das ist alles gar nicht passiert! Dass wir jetzt hier... Du... Das... Ist doch... Woll nicht dein Ernst! Wieso Time-Up? Wir haben unendlich Zeit! Oder? Sehe ich das richtig? Joa... Wir haben unendlich Zeit! Wie geht das! Mit den Notenblöcken da! Nee. Nein. Nõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ das hier uploade ich mal vor den anderen Hacks, die schon längst auch Codename Castle und so abgeloadet haben, die sind lange her, bloß nicht abgeloadet und... Ich komme hier nicht weiter! Da-da-druä! Was? So! Marek... Nee, Controller, verarsch mich nicht. Shelljump? Nein! Verarsch mich nicht! Ja, Bruder, reg dich auf! Shelljump? Ja, komm, funktioniert! Ich glaube, ich bin schon mehr als 99 mal runtergefallen oder gestorben, kann es sein. Also wer mitzieht, der ist super. Der, ne. Erwartet von keinem von euch. Also, komm, das... Alles nur nicht dieser dumme Schildschirm! Vor allem, wenn ich ihn mal treffe... Dann... Was ist das? Nein, das gibt's doch nicht! Ich hab's schon wieder vergessen! Nervt nicht! Oh, das gibt's doch nicht! Ich hasse euch! Ich verzweifle gerade! Und ich hoffe, dass ich nicht... Also, dass ich die Uhr in der Auge behalte. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich cutte dann einfach irgendwo. Oder so, weil... Ich nachher noch zur Schule muss umziehen. Komm, Schell! Du! Lande unter Marius' Füßen und nicht in seinem Hirn! Dat... Schell genommen kann ich hier irgendwie am wenigsten. Sonst hat's mit drei Versuchungen oder was weiß ich gereicht, aber... Hier will's irgendwie nicht! Puh! Stormbreaker! Nein! Komm! Nein! Ich hatte's doch, was Marius' Reflexen! Laden! Ah! Was? Nein! Ah! Geht doch! Saven! Ah! Gott! Meine Güte! Das geht... Kann nicht mehr! Und... Diese Stelle noch mehr! Ich bin gerade so glücklich! Ich bin gerade... voller Verzweifeln! Das muss doch irgendwie in einem Rutsch gehen! Komm! Dat... Dat will ich jetzt schaffen! Dat will ich jetzt schaffen! Nein! Und dann... Ich hab keinen Bock in der Luft, Safestates zu machen! So wie der Halli das gemacht hat... Nö! Ich bin doof! Ich bin doof! Ich bin doof! So... Oh Gott! Kommt! Nein! 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 Das spricht zurück! Oh Gott! Oh! Dat... Wie will ich Kaiser Mario schaffen, bitte? So! Nur der obere hat genervt! So! Das... Muss doch irgendwann mal klappen! Dat... Was? Nein! Nicht dein Ernst! Das... 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 Geht... Das müssen doch irgendwie gehen, Leute! Das... Das... Äh... Ich... 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 Ja, genau! Senf! Ich... Mach... Mario... Das packst du! Nein! Aaargh... ays... Kom... Was! Ja... Ich kann... ... Waaass... Ich kann... Nicht dein Ernst Spiel! ähm, Moment mal ähm, komm weg wo war das jetzt? äh, äh, äh komm, komm komm, komm ja, das, das, das machen wir jetzt hoch das machen wir, ne, so geht das nicht ähm geht trotzdem nicht wollen wir mich verarschen? ähm nein, nicht loaden äh da, da, da äh puh, nee ist ehrlich ich hab keinen Bock den ganzen Eck nochmal von vorne zu machen nein, die Zeit ist nicht abgelaufen das heißt Game Over okay, das bedeutet nicht euer Ernst nein nein okay, wir sehen uns im nächsten Part genau an dieser Stelle wieder wenn ich's hinbekomme gerne ja es geht ja es geht ja er ja